Auch in den Allgäuer Hochalpen ist jetzt der Sommer angekommen. Die Landschaft strotzt vor Grün. Es ist der Vorabend des Alpauftriebs auf die Käsealpe im hintersten Eutal. Der Alpmeister Hubert Vogler chauffiert die ersten Sommergäste, für die der extreme Anmarsch zu weit ist, per Rindertaxi hinauf. Die sind ein bisschen fußkrank. Das wär nix so weit zum Laufen. In dem wilden Bergkessel auf 1400 Metern verbringen 100 Rinder den Sommer. Der Auftrieb am nächsten Tag ist für den Alphirten Andreas Kniesel einer der wichtigsten Tage im Jahr. Wir freuen uns hier oben, wenn's losgeht. Da ist halt etwas los und heute nachher. Wir sind der Sommer frisch, wo sie gut versorgt sind. Ein wahres Paradies wartet aufs See. Am nächsten Morgen um vier treffen in Schöllang Treiber und Bauern ein. Was spürt man bei den Rindern jetzt, wenn die jetzt kommen? Spürt man da was? Ja, wenn das jetzt so früh nachgeht, die sind schon ein bisschen aufgeweckt. Haubert Vogler hat nicht übertrieben, die Rinder sind kaum zu halten. Von der Vorweide, wo das Vieh von 25 Bauern gesammelt worden ist, durch um diese Uhrzeit noch nachts schlafene Dörfer bei Oberstdorf. Dann bricht der Tag an im Ellertal. Jetzt geht das schon langsamer zu. Aber wie steht da, da tüchert's ja noch mal ab, wenn's jetzt so um die Kurve rumgeht. Hinter der Kurve wartet Oberstdorf und damit viele Häuser, Gärten und Autos. Zahlreiche Möglichkeiten, um Schäden zu hinterlassen. 200 Rinder jagen im Trab durch den schlafenden Ort. Aber die Treiber verstehen ihr Handwerk. Während der Alpabtrieb ein Touristenspektakel ist, kriegt jetzt kaum jemand etwas mit. Am steilen Aufstieg am Schattenberg wird die Herde zum ersten Mal etwas langsamer. Eine Stunde haben sie für die ersten zehn Kilometer gebraucht, ungefähr Halbzeit. Und sie sind in der Morgenfrische gehörig ins Schwitzen geraten. Wie läuft's? Wie läuft's? Ja. Passt halt. Super. Und freust du dich? Ja. Ja, jetzt kommt das Vieh erben. Und dann ist man eigentlich... Also der Hirt ist ab jetzt halt hin nach fest. Und wir gehen jetzt halt noch eine Woche in die Schule. Und dann meine ich auch hin nach. Hinner, tief drin im Hochgebirge, werden auch die Kleinhirten wie Vincenz den Sommer verbringen. Und allmählich zeigen sich erste Ermüdungserscheinungen. Ja, Lumpensammler, könnte man so sagen. Die, die halt nicht mehr so gut laufen oder dann ein bisschen krumm gehen, die kommen dann bei mir in den Viehwagen hin und dürfen dann das Taxi genießen. Jetzt haben wir 13, 14 Kilometer, also da dürfen schon mal welche müde sein, oder? Ja, doch, dürfen. Vor allem, da hat grad von denen eine kleinere Schwächle dann vielleicht mal welche. Da ist man dann ganz froh, wenn man jemanden hat, der mit dem Auto ein Viehwagen nachgeht. Jetzt geht es durch das langgezogene Eutal. Alle Tiere waren schon seit Mai im Tal auf der Weide und sind das Treiben gewohnt. Stalltiere würden diesen Auftrieb nicht schaffen. Die Tradition der Alpfahrt auf die Sommerweide wird hier erstmals im 15. Jahrhundert erwähnt. Am Talschluss dann liegt ein erstes Weidegebiet. Hier bleibt der Großteil der Herde. Das wird jetzt da auseinandergeteilt. Die von der guten Alpe, die bleiben im Derming geschlagen. Und die von der Käseralpe, die gehen weiter. Stefan Vogler muss die Tiere jetzt mit den anderen Hirten und Bauern auseinanderhalten. Sie sind aufgekratzt von den 15 Kilometern Marsch. Weißt du, wo welche hinkriegt? Manche sind vom letzten Jahr, die kämpfen noch. Und die anderen werden auf der Vorweite auch markiert. Und da sind ja höhere auf die Faure. Pause. Die Ruhe nach dem Sturm. Kurz vor sieben am Morgen. Der Alpauftrieb läutet den bäuerlichen Sommer ein. Und hier sind sie ganz unter sich. Keine Touristen. Das macht den Tag so besonders für die bäuerliche Lebenskultur. Dann geht es für 32 Rinder noch weiter. Noch einmal 5 Kilometer und gut 300 Höhenmeter liegen vor ihnen. Ein zeitloses Bild. Die Allgäuer Cowboys mit ihrer Rinderherde auf dem Weg zur Sommerweide. An der Talschwelle wartet noch einmal ein steiler Aufstieg. Und dann öffnet sich die Landschaft in das eiszeitliche Gletscherbecken mit den satten Bergwiesen. Es ist 8 Uhr und die Neuankömmlinge werden von den Taxirindern neugierig begrüßt. Es gibt ein großes Hallo und das beste Frühstück. Gut 20 Kilometer und 700 Höhenmeter haben sie in dreieinhalb Stunden zurückgelegt. Nichts Außergewöhnliches passiert. Hier ist das Frühstück im Freilich. Bist du müde? Nein. Jetzt nehmen wir ein isotonisches Getränk und dann geht es wieder. Als letztes hat es auch das kleine Kalb zu seinem ersten Alpsommer geschafft. Es dauert nicht lang, bis sie heimisch werden. Wer ist denn kaputt da jetzt? Die Rindfiecher oder die Treiber? Ja gut, das sind ja alle sportliche Typen da. Das geht schon. Ich denke, das passt schon ganz gut. Die machen das ja zum ersten Mal. Da ist die auch nicht. Die sind ja das gewendet. Und jetzt hast du so die Orchestrierung der Alpe, oder? Das ist so, wie es gehört kann. Unter den wilden Ostabstürzen der Höferz kehrt jetzt überall Ruhe ein. Und wie bei einem Umzug unter Menschen wird das Vieh gleich umgemeldet. Die neue Adresse, Käsealpe Oital. In der wilden Umgebung zwischen Himmeleck und Höferz werden sie jetzt zwei Monate lang frei herumlaufen und die Bergwiesen abweiden. Andreas Kniesel, der Hirte, wird mit seinen jungen Helfern in wenigen Tagen jedes einzelne Tier kennen. Schau dir das an. Die Schiener kann es ja jetzt singen, oder? Die sind in der Ruhe jetzt. Voll Stress. Und das ist das, was sie ist. Auch gefällt. Rund um die Uhr werden die Hirten jetzt nach dem Vieh schauen und dem Klang der Schellen lauschen. Es ist ein Stück Bergbauernkultur, ziemlich genau so, wie es früher war. Sehr weit weg von der Hektik und den Aufgeregtheiten der Zivilisation.